servus damit recht herzlich willkommen zurück zu dass die bau oder auch das ist nicht so schön gemacht zum tankstellen simulator gas station simulator sozusagen wir haben gar keine kunden heute eben können wir uns ja erloben ein wenig aufzuräumen jetzt mal auch sand weg zu wollen ist eine beschäftigungstherapie wäre also sie so immer noch zwanz schon mal so Kleine Treckrate. Kleine Treckrate, aber... ... 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 und der alte aufgeschnitten mittlerweile der bekloppte mützen auf servus immer voll kein problem danke für das geld die balken alle es ist ein wenig spiel mehr das ist ja schon mal Aber im Morgen, oder im Winter, keine Ahnung, wie da kommen wir. Ja, kein Thema, kein Thema. Ja, grün, oder was ist das Sch... Trotz. Drei Scheinen an der Eitankstelle. Okay. Guck mich noch mal an, du kriegst einen Kanister. Dort. Weihnachtsmann. Ja. Super! So, wir sind jetzt das Dekore aufknacken. Das ist doch grün, ne? So was mich mit meinem. nehmen Hektar ist beim zwölten Mord.